Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mist Survival. Wir hatten hier dieses Outpost gelootet und sind jetzt an den Resten und sind gerade dabei die Reste zu looten die nicht verschlossen sind. Komplett leeres Polizeiauto ist eine Frechheit. Das ist frech. Hier. Okay. Jetzt haben wir eine Fuel Can gefunden. Das ist ganz gut. Könnten wir vielleicht hier ein bisschen was abzapfen. Ich speicher mal. Passiert da gerade was? Nicht so wirklich, ne? Da war aber auch nichts drin. Hier scheint was drin zu sein. Ist man da nicht irgendeine Geräusche? Wie setze ich die ab? Hilfe? Hilfe? Fuck, fuck, fuck. Hilfe, Herrgott. Meine Güte. Okay. Jetzt haben wir ein bisschen Sprit. In dem Ding waren wir. Was ist denn jetzt noch verschlossen? Das hier, ne? Heulige Scheiße. Alter. 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 Leute. Ich überlege, ob ich hier mal hochklettern. Hier wäre doch fast runtergefallen. Hilfe. Hier wäre doch fast runtergefallen. Hilfe. ein bisschen jaja wenn er das da oben auch macht haben wir ein problem i guess wenn man nicht also wir müssen aufpassen oh mann war das jetzt ein fehler war das jetzt ein fehler da hochzuklettern ne hier konnte es nicht machen weil hier so ein großes geländer hat sich voll gelohnt hat sich voll gelohnt nice mega belohnend hammer größeres inventory nice sehr geil absolute ehre ok perfekt was was es Oh, der hat da ordentlich was reingepumpt, jetzt haben wir kaum noch was für zuhause, ne? Wäre cool, wenn wir was mit nachhause nehmen können. Ist hier noch ein Fahrzeug? Der da vorne, ne? Okay. Machen wir. Jetzt machen wir den Generator erst mal an. Hier kommen wir rein dann. Und hier kommen wir dann rein. Sehr gut. Wir haben die Keycard. Hä? Aber wir, wir haben die doch. Wir haben die. Wir haben die voll aufgehoben. Hä? Warum denn nicht? Die lag doch hier. Die haben wir doch mitgenommen. Welche Keycard gibt's denn noch? Wenn wir hier was übersehen? Okay. 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 Ich bin grad verwirrt. Okay. 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 War hier drin noch einer? Okay. Ey, warte mal. Wir haben so'n Ding. Hab ich mir da mit so'ne, ich wäre heute mit mir bei mir weggehalten oder nicht. Ich hab' ein Ding. Ich hab' ein Ding. Alter. Okay, äh. Ne Kika ist da jetzt nicht drin, aber ähm. Haufen geiler Scheiß, ne? Haufen geiler Scheiß. Haufen geiler Scheiß. Haufen geiler Scheiß. Haufen geiler Scheiß. Geiler Scheiß ... Das war's für heute. Es ist ein Upgrade, aber was ist mit der Keycard? Ich versuche das gerade wirklich. Ich versuche das wirklich zu verstehen. Aber ich kapier's nicht. Wo soll diese Keycard hin sein? Ich versuche das. Wie viel passt denn da rein? Das ist ja geil. Das ist 20 Liter. Cool. Ich kann aber überlegen, ob wir neu laden. Wo ist die Keycard? Ich habe die Hunde promillig aufgehoben. Cool. Cool. Und hier? Boah. Ich glaube wir laden mal neu. Das ist doch kacke. Oh. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh ja. Oh. Geil. Geil. Geil, 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 geil. Okay, dann wissen wir jetzt, wie es läuft. Oh ja. Den haben wir uns verdient. Nice. Hammer. Oh mein Gott. Der Loot, ey. Das ist ja komplett belohnend. Woah. Alter, hab ich mich erschrocken. Alter. Boah. Ey, kannst du nicht mit mir machen? Hör doch auf. Alter. Egal. Ich will jetzt nur noch einpacken und fertig looten. Das war jetzt schon wieder einer zu viel. Ich mach hier mal zu. Boah. Boah. Hilfe. Boah. 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 in der Umgebung. Ich hasse es, ey. Da ist da gar keiner. So nervig, ey. Okay, wir machen uns nach Hause. Hält alles hier, romischerweise. Alter. Geile Loot-Hur. Mega. Zombie-Angriff haben wir auch erlebt. Wie viel? Ich habe ihn aus Versehen einmal in die Fresse gepanscht, ne? Wir haben ihm aus Versehen einmal ins Gesicht gepanscht. Das fand ich ja ein bisschen witzig. Das war eine Scheiße, ey. Das haben wir ihm einfach ins Gesicht gehauen. So geil, ey. So. Das müssen wir alles ausrollen. Was. 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 Da. Was. Was. Okay. Dieses Türen-Auf-und-Zuschließen macht mich schon ein bisschen fertig. Ich würde das erstmal so lassen. Tatsächlich. Okay. Jetzt haben wir 5 davon. Cool. Bei denen haben wir jetzt auch schon relativ viele. Hier haben wir noch ein paar Steine. Wo haben wir die Dinger hingeparkt? Weiß ich nicht mehr. Ich glaube die haben wir drüben irgendwo. Ich habe hier drin. Wir sind da drin. Ich habe hier drin. Ich habe hier drin. Okay, wir dürfen auch noch welche. Cool. Gut. Wir brauchen jetzt echt ordentlich. Wir brauchen jetzt noch welche. Wir brauchen jetzt noch welche. Wir brauchen jetzt noch welche. Das ist doch schön. Die können wir vielleicht beim Wasser gebrauchen, ne? Entschuldigung, ich bin gerade ein bisschen abgelenkt. Ich kann sortieren. Ich habe jedes Mal vergessen, wo ich die scheiß Steine habe. Mache die auch fertig. Das sieht mir nach so ein Zeug aus. Das kann man nicht stacken. Okay. Egal. Das würde ich jetzt auch erstmal mit rüber nehmen. Die neue Munizioni. Okay. 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 Das war's für heute. Gut, da war für ein bisschen Ordnung gesorgt. Das freut mich. Aber hier quasi nur noch den Koffer rumstehen, finde ich gut. Ja, ich hab jetzt nicht so viel erzählt, wie gesagt, bin ein bisschen krank. Warte aber trotzdem nicht, dass die Misstraille hier hausiert oder so. Und, ja. Ich hoffe, auch wenn unabsichtlich, konnte ich euch ein paar Mal zum Schmunzeln bringen. Das mit der Giga war ja schon ein bisschen witzig. Auch wenn ein Fail. Okay, ich würde nur mal gern nach dem Wasser gucken. Oh, ja. Der passt nicht rein. Okay, cool. Ja. Wo ist denn der weiße Dings, den wir hatten? Weißer Plastikgerät. Ich seh auch gar nichts, oder? Finde ich jetzt nicht. Schade. Gut, neuer. So. Haben wir Wasser. Wir haben Wasser. Sehr gut. Und unsere Karre endgültig hier mit den krassen Schränken voll. Ist auch geil. Ah, kletter halt wie so ein Affer. Ist auch okay. Ist auch okay. Cool. So, dann trinkt man eine Kleinigkeit. So Freunde und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Wenn wieder Miss Survival abgeht. Und ja, bis dahin. Bleibt dran. Lass ein Like da. Lass ein Abo da. Ihr wisst, wie es läuft. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf. Lasst es euch gut gehen. Und gehabt euch wohl.